Was sind Location-Based Games? Location-Based Games sind Spiele, die draußen stattfinden, die meistens eine Verortung beinhalten, also über eine Technologie, GPS, Global Costitioning System, werde ich in der Karte verortet. Vor Ort findet das Spiel statt, also ich muss mich mit dem Ort auseinandersetzen, muss da zum Beispiel Rätsel lösen, die mich dann irgendwie zur nächsten Station zum Beispiel führen. Als bekanntester Verzehter kennt man bestimmt Geocaching. Geocaching existiert jetzt so gut elf Jahre, seitdem GPS auch nutzbar ist im zivilen Verkehr. Und da finde ich dann meistens Behälter vor Ort, also ich muss Schätze entdecken und Rätsel lösen, um quasi zu diesem Schatz zu kommen. Probieralty��ation W Щ. A. 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 B. A. 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 B. A. 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 A.